Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Drachenhort aus dem Ravensburger Verlag. Ein Spiel für 2-7 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 30-60 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Drachenhort. In der Spiele Schachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung, dann einen Spielplan, der zwei Seiten hat. Dann gibt es hier einen Drachen zum Zusammenstecken, hier haben wir Spielfiguren und einen Würfel, hier haben wir ein paar Siegpunkte Chips, hier haben wir eine Leiste mit den ganzen Spielern, hier haben wir ein Säckchen mit Juwelen und dann gibt es hier noch die geheimen Aufträge für die Spieler. Und das ist der komplette Inhalt der Spiele Schachtel und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau des Spiels geht folgendermaßen. Das Spiel läuft über zwei Runden und jede Runde wird auf einer Spielplanseite gespielt. Und die erste Spielplanseite, die man bespielt, ist die, wo dieser Eingang hier so rötlich ist. Das ist die erste Seite, die man spielt. Und wir brauchen auch alle Spielfiguren und die stellen wir alle hier in diesen Raum vor den Hort des Drachen. Den Drachen selber, den steckt man hier einfach zusammen und stellt ihn mal hier hinein. Den Würfel legen wir bereit und von diesen Siegpunkte Markern brauchen wir jetzt erstmal die silbernen für die erste Runde und die goldenen kommen dann auf der Rückseite des Spielplans zum Tragen, wenn wir die zweite Runde spielen. Ebenso müssen wir den Spielplan hier auf diesen leuchtenden Feldern mit Juwelen bestücken. Welche Farbe die Juwelen haben, ist dabei komplett egal. Und auch hier ist es so, dass die Hälfte der Juwelen übrig bleibt. Die brauchen wir dann für die Rückseite des Spiels. Das heißt, das legen wir jetzt einfach mal alles hier zur Seite, was wir jetzt nicht brauchen. Und jetzt müssen wir nur noch unsere geheimen Aufträge aufdecken. Und dazu gibt es diese Karten. Das bedeutet, jeder Spieler zieht sich verdeckt von diesen Karten eine auf die Hand und schaut sich die an. Und hier drauf sieht er jetzt, welche drei Figuren die Figuren sind, die ihm in dem Spiel Punkte bringen werden. Alle anderen Figuren spielen mit. Die können dem anderen Spieler gehören, die können keinem Spieler gehören. Bei mehreren Spielern überschneidet sich natürlich einiges, sodass ein paar Figuren von mehreren Spielern bedient werden müssen. Aber bis zum Ende des Spiels dürfen die anderen Spieler nicht genau wissen, welche Figuren ich spiele. Im Laufe des Spiels findet man dann zwar langsam heraus, wer wahrscheinlich welche Farbe vertritt. Denn jeder Spieler wird versuchen, seine Figuren nach vorne zu kriegen und zu verhindern, dass der Drache ihn zu früh erwischt. Aber man muss ein bisschen blöffen. Denn wenn man zu früh Preis gibt, welche Figur man vertritt, dann können die anderen Spieler eben dafür auch sorgen, dass der Drache ein verfrühtes Frühstück bekommt und der Spieler dann eben mit weniger Punkten aus dem Haus geht. Ja, also man mischt diese Karten verdeckt durch und teilt an jeden Spieler verdeckt eine aus und die restlichen kommen aus dem Spiel. Ich decke euch die jetzt wieder auf, dass ihr seht, welche Figuren ich sehe. Wie gesagt, das dürft ihr im Spiel selber nie machen. Die anderen Spieler dürfen nicht wissen, was wir an Spielfiguren spielen. Und hier sehen wir jetzt schon, dass beide den blauen wahrscheinlich beschützen werden. Denn der bringt beiden Punkten und bei den anderen Figuren sind es verschiedene. Ja, und damit haben wir auch den Aufbau des Spiels erledigt und als nächstes lese ich euch die Spielidee vor. Die Spieler würfeln einen bunt gemischten Heldenhaufen durch den Drachenhort. Doch zu wem welche Helden gehören, bleibt bis zum Spielende geheim. Wer hält den Drachen möglichst lange von den eigenen Abenteurern fern? Und wer behindert die anderen auf ihrer Flucht am erfolgreichsten? Es gewinnt, wer am Spielende die meisten Siegpunkte besitzt. Und jetzt kann das Spiel auch schon losgehen. Ein Spieler fängt an, nimmt den Würfel und würfelt. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Er kann würfeln eine 1, eine 3, eine 4, eine 6. Das sind Zahlen, die eine dunkle Seite haben. Und das bedeutet, der Spieler darf Figuren bewegen, die sich in den hellen Bereichen hier des Labyrinths befinden. Nur mit einer 2, die 2 hat hier einen hellen Hintergrund, mit dieser 2 darf er eine Figur auch bewegen, wenn sie schon in einem dunklen Bereich steht. Denn jeder Spieler, der würfelt, muss die Figur um die komplette Anzahl, die hier drauf steht, vorwärts bewegen. Und in dem Zielraum muss er sie immer in den dunklen Bereich stellen. Das ist wichtig, denn sonst geht unser Drache niemals spazieren. Denn sobald alle Figuren im dunklen Bereich irgendwo stehen an einem Rundenende, dann bewegt sich der Drache um ein Feld hier vorwärts, wo die Spieler vorher standen. Dann kommen alle Spielfiguren wieder in die hellen Bereiche. Und es wird noch eine Runde gespielt, bis wieder alle Figuren im Dunkeln stehen. Und dann geht der Drache 5 Schritte vorwärts und bleibt bei dem Spieler eben hängen, den er in diesen 5 Schritten noch erwischt und nimmt den aus dem Spiel. Die Spieler versuchen also, ihre Figuren gut vorwärts zu ziehen. Denn umso eher einer aus dem Spiel ist, umso weniger Siegpunkte ist er am Ende wert. Denn der Spieler, der vom Drachen erwischt wird, kommt wie gesagt vom Plan dann runter und kriegt dann die niedrigste Siegpunkte Marke auf das erste Feld hier draufgelegt. Wenn also der Lillane Spieler der erste wäre, der gefangen wird, dann kriegt er den 1er Marker drauf. Und dummerweise würde der Spieler hier drüben dann für diese Figur eben am Schluss nur einen Siegpunkt bekommen. Deswegen wird jeder Spieler versuchen, seine eigenen Figuren ein bisschen vorwärts zu kriegen. Ja und sobald der erste Spieler dann hier raus rennt, also das Labyrinth geht hier entlang und dann hier raus. Und sobald der erste Spieler es schafft, hier raus zu laufen, ist die erste Fluchtrunde zu Ende. Und dann werden einfach der Reihe nach, von oben nach unten, die Figuren mit den Siegpunkten belegt. Das heißt, der, der rausgerannt ist, kriegt den höchsten Marker, der nächste, der noch hier steht, den nächsthöchsten und so weiter. Und dann wird der Spielplan umgedreht und wieder auf der Rückseite bestückt. Die Rückseite sieht ähnlich aus, da sind die Fallen ein bisschen anders postiert. Es gibt Räume, die nur hell sind. Ansonsten läuft die zweite Runde dann ganz genauso ab wie die erste. Das heißt auch, die Spieler versuchen wieder ihre Leute rauszukriegen. Es sind immer noch die gleichen Figuren, die sie besitzen. Es gibt ein zweites Mal hier Punkte, diesmal eben hier mit den goldenen Markern. Und wenn dann wieder der erste Spieler hier rausgekommen ist, dann werden wieder die goldenen Marker verteilt. Und dann dreht jeder Spieler seine geheime Karte um. Und dann wird geschaut, wie viele Punkte er in diesen beiden Reihen bei den Farben hat. Und der Spieler, der dann am meisten Punkte gemacht hat, hat das Spiel gewonnen. Ansonsten gibt es auf dem Spielfeld nur eine besondere Art von Feldern noch. Und das sind hier diese Fallenfelder mit diesen Spitzen dran. Wenn ein Spieler da sich rein würfelt, dann muss er auf das Feld, auf dem der Drache steht, zurück. Und von da aus geht er schnell mal drei Felder weiter und stellt sich in den dunklen Bereich. Das heißt, wenn ich weiß, welche Figuren dem Gegner gehören, kann ich die auch mal absichtlich in ein Fallenfeld ziehen, um sie in die Nähe des Drachen zu bekommen. Also selbst wenn ich hier hinten auf die Falle gehe, muss ich komplett zurück dahin, wo der Drache steht. Also deswegen ist es wichtig, ein bisschen zu verschweigen, welche Figuren sind meine. Denn wenn die anderen Spieler es zu früh wissen, werde ich es schwer haben, hier im Drachenhort noch irgendwelche Punkte zu machen. Dann gibt es noch die Felder hier mit diesen Edelsteinen, komme ich eben in so einen Raum rein, dann nehme ich mir diesen Edelstein zu mir und jeder Edelstein ist am Schluss des Spiels auch nochmal einen Siegpunkt extra wert. Das waren jetzt mal die theoretischen Regeln, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt spiele ich euch einfach ein paar Züge von diesem Spiel vor. Dann spielen wir mal los und sagen mal, unser Spieler hier drüben fängt an und der würfelt. Der würfelt eine 2 und somit muss er jetzt genau 2 Felder mit einer Figur gehen. Was noch wichtig ist, Felder, wo Figuren draufstehen, werden nicht mitgezählt. Die werden einfach übersprungen. Also jetzt sage ich einfach mal, ich nehme jetzt irgendeine Farbe, die ich nicht habe, damit der andere nicht gleich weiß, was ich habe. Und ich gehe mal 1, 2 Felder vorwärts und gehe in den dunklen Bereich. Sofort ist der nächste Spieler dran. Der würfelt eine 3 und der nimmt jetzt einfach mal hier den gelben und geht 1, das überspringen wir, 2, 3. Und hier drüben sind wir dran, 1 hat er gewürfelt. Dann nimmt er jetzt einfach mal das hier, 1, dann ist er hier wieder dran, hat die 2. Die 2 bedeutet, jetzt darf er auch wieder eine Figur, die schon im Dunkeln steht, rausbewegen. Er könnte also jetzt sagen, der steht mir zu weit vorne. Ich nehme den und gehe mit dem 1, den lassen wir aus, 2 Felder weiter. Und der Spieler hier vorne ist wieder dran, 3 gewürfelt. Den lassen wir aus, 1, 2, den lassen wir aus, den lassen wir aus, 3. Und hier sind wir wieder dran. Wieder dürfte ich einen aus dem Dunkeln bewegen. Und das mache ich jetzt einfach mal mit dem hier, vielleicht die anderen ein bisschen verwirren. 1, 2, gehe ich vorwärts. Dann ist er hier vorne wieder dran. Ihr dürft auch aus dem Dunkeln noch einen bewegen. Dann nimmt er den hier, 1, 2. Und er ist wieder dran. Er hat 3 gewürfelt, 1, 2, auslassen, 3. Und dann haben wir eine 6. 1, 2, auslassen, 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 3, auslassen, 4, 5, 6. So, jetzt bekomme ich schon mal den Edelstein. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer dran war. Es ist egal, ich gebe es mal ihm. Und dann ist er hier nochmal dran. 1, 2, 3. Und jetzt stehen alle Figuren im dunklen Bereich. Das bedeutet, der Drache bewegt sich jetzt hier raus auf dieses erste Feld. Und wir schieben alle Spielfiguren hier in den hellen Bereich ihres Feldes raus. Und dann spielen wir erstmal noch ganz normal jetzt weiter. Das heißt, er hier jetzt wieder dran, hat eine 2. Und er geht natürlich jetzt mal 1, 2 dahin, wo auch Edelsteine abzusahnen sind. Denn die geben ja wichtige Punkte. Dann ist er dran, hat eine 1. Und zieht es einfach mal den mit einem 1er hier komplett nach vorne. Dann ist er wieder dran, hat auch eine 1. Dann nimmt er den hier, zieht ihn hier nach vorne. Dann ist er dran, würfelt eine 2. Dann nimmt er jetzt einfach den hier nochmal. 1, 2, weil dann kriegt er auch mal einen Edelstein ab. Dann ist er wieder dran, hat auch eine 2. 1, 2, Edelstein her. Dann ist er wieder dran, hat auch wieder eine 2. 1, 2, und Edelstein. Er ist dran, wieder eine 2. Die zieht er jetzt aber nicht, weil sonst wäre er mitten im Fallenfeld. Dann nimmt er lieber den hier. 1, 2, und sieht Edelstein. Er ist dran, würfelt eine 6. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gehen wir hier rüber. Dann ist er hier dran mit einer 1. Den zieht er einfach mal hier rüber. Dann ist er hier dran, hat eine 4. Im hellen Bereich haben wir nur noch diese beiden. Also nimmt er mal den hier. 1, 2, 3, 4. Na, das wird dumm. Ist egal. Er hat den weißen ja nicht. Also probiert das einfach mal aus. Also 1, 2, 3, 4. Dann muss er hier auf das Drachenfeld. Und dann 1, 2, 3, vorwärts gehen. Dann ist er hier dran, hofft er es an 2 erwürfelt, hat leider eine 6. Und das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und alle Figuren stehen jetzt wieder im dunklen Bereich. Das war natürlich eine ganz fiese Aktion, was er jetzt probiert hat. Hat natürlich ihn hier drüben jetzt voll erwischt. Er konnte den nicht mehr retten. Und der Drache geht jetzt bis zu 5 Felder weiter. Oder eben genau so weit, bis er auf die erste Spielfigur trifft. Also 1, 2, 3. Er trifft auf die erste Spielfigur. Hier bleibt er stehen. Der Rest verfällt. Und die Spielfigur kommt weg. Das war die Weiße. Das heißt, der Weiße kriegt jetzt hier erstmal den 1er Siegpunkt drauf. Was ihn natürlich innerlich ärgert, weil er genau weiß, Mist, den Weißen hätte ich retten müssen, den hätte ich gebraucht. Das ist jetzt schlecht. Da kriege ich nur einen Punkt für. Ja. Und dann kommen wieder alle Figuren in den hellen Bereich. So. Und es wird wieder weiter gewürfelt. Ja. Ich denke, ihr habt das Spiel soweit verstanden. Es ist ein sehr, sehr einfaches Spiel. Ein schönes Bluffspiel. Macht mit mehr Leuten auch mehr Laune. Zu zweit ist es fast noch ein bisschen langweilig. Aber dadurch, dass einfach keiner weiß, was der andere spielt. Und wenn man das gut verbergen kann, ist das ein sehr schönes Bluffspiel. Ein sehr schönes Ärgerspiel für die ganze Familie. Ich denke, mehr muss ich euch davon jetzt nicht zeigen. Ihr spielt jetzt wie gesagt die Runde fertig, bis entweder alle Figuren vom Drachen gefressen worden sind. Dann werden eben der Reihe nach die Punkte verteilt, je nachdem wie der Drache sie eben gefressen hat. Oder eben der erste Spieler hier oben mit einer Figur rausgewandert ist. Dann kriegt diese Figur die höchste Punktzahl. Und dann einfach der Reihe nach. Das wäre jetzt hier der Grüne, wird das Zweithöchste kriegen. Der Rote wird das Dritthöchste kriegen. Dann käme der Blaue, wird das hier kriegen. Orange das, Lila das. Und dann hätte man die Siegpunkte für die erste Runde fertig. Und dann nimmt man alles einfach herunter und dreht den ganzen Spielplan mal um. Und hier sehen wir, gibt es keinen roten Ausgang, sondern einen eingestürzten Ausgang. Wir sehen, hier gibt es ein bisschen mehr Fallen. Hier gibt es Räume, die komplett hell sind, wo man sich dann gleich nochmal bewegen darf. Hier gibt es auch wieder diese leuchtenden Felder, wo man den zweiten Satz Edelsteine dann eben drauf legt. Und dann spielt man die zweite Runde ganz genau so wie die erste Runde, nur dass man eben hier die goldenen Siegpunkte verteilt. Und sobald man dann die zweite Runde auch fertig hat, indem entweder der Drache wieder alle gefressen hat und man die Punkte hier unten hingelegt hat oder wieder der erste hier geflohen ist und dann die Punkte entsprechend der Reihenfolge momentan verteilt hat, dann ist das Spiel vorbei. Und jeder Spieler deckt dann diese Karte um und zählt einfach die beiden Punkte, die dann hier untereinander liegen, zusammen zu jeder Farbe und zählt seine Edelsteine noch dazu. Und dann weiß man, wer das Spiel gewonnen hat. Das war sie, meine Spielevorstellung von Drachenhort aus dem Ravensburger Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht's es gut. Euer Michael. Bis dann, Tschüss. B prejudice. Leser Michael 信 portefeier�. Und dann스� invade. Bis dann. in Valter